Haben wir nicht letztlich einen Glauben? Sind wir nicht auf einen Gott getraut und an Christus, der für uns der Maßstab ist, uns nicht für einen hohen Preis erkauft? Lasst uns leben als Kinder des Lebens, lasst uns leben in Liebe und Geduld. Spieken wir nicht so die Güte uns als Gottes wieder? Leben wir und vergeben wir auch Schuld? Lasst uns leben als Kinder des Lichts. Haben wir nicht letztlich eine Hoffnung, dass der Welt der Frieden doch gelingt und Gerechtigkeit an jedem Ort einzieht, weil der Geist Gottes uns zur Einheit bringt. Lasst uns leben als Kinder des Lichts, lasst uns leben in Liebe und Geduld. Spieken wir nicht so die Güte uns als Gottes wieder? Leben wir und vergeben wir auch Schuld? Lasst uns leben als Kinder des Lichts. Brauchen wir nicht letztlich eine Liebe, die uns satt macht, weil sie Brot verteilt und die selbstlos immer neue Wege sucht und das, was Schmerz zu Herzen geht, verheilt. Lasst uns leben als Kinder des Lichts, lasst uns leben in Liebe und Geduld. Lasst uns leben als Kinder des Lichts, lasst uns leben als Kinder des Lichts. Lasst uns leben als Kinder des Lichts. Untertitelung des ZDF, 2020